Gebt euch Live-Reaktionen von der Straße von meinem Bruder Leon Lovelock. Grüße gehen raus. Flex! Ah, ich liebe das Lied! Ganz frech, ja? Nicht unbedingt meine Richtung, aber gut. Karussellet, man. Jetzt bitte da runter. Let's do it, man. Ich bitte da runter. Now let me see you go back. Nigro, zu viel vom J. Joe. Zeitlos im Spiel. Depression, Lehmung, Gefühl, keine Regung. Tschüss. Live-Ranked in, Mauerfucker. Doch bleib im Bewege. Steve Faust auf die Realness muss standardmäßig sein. Let's do it, man. 3, 2, 1, go. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Ich bin ja mal wieder vor euch am Start. Und willkommen zu einem weiteren Video. Auf meinem Kanal. Ich hab dich zappeln lassen, nigga, ne? Aber was ist gut hingegekommen, oder? So, man, Faust in dem, Mauerfucker. Oh, shit, nigga. Performance, man. Ist dir kalt, nigga. Ist dir warm, man? Nein, Freunde, heute haben wir Live-Reaktion von der Straße. Ein Format, was mir wirklich krass am Herzen liegt, Leute. Das Format hab ich selber erfunden. Und es ist was, was ich auf jeden Fall regelmäßig durchziehen will. Egal, was für ein Struggle ist, egal, was passiert. Ich versuche, so viel wie möglich Videos für euch zu bringen. Und Live-Reaktion von der Straße muss da auf jeden Fall sein. Und gerade, natürlich, wenn mein Bruder Luciano einen Track rausgehauen hat, Bruder. Aber natürlich kennen wir den Track schon vom Album. Aber das Video finde ich richtig geil, Bruder. Deswegen hab ich gedacht, ey, Live-Reaktion, Mauerfucker. Ganz gemütlich, Bruder. Oder was sagst du dazu, Dicker? Jeden Tag. Nächtelang wachst du wie jeden Tag. Dann spielt die Mitchabbers wie jeden. Guten Tag, hallo. Alles gut? Servus. Bruder, bevor du flirtest, war es dein Outfit her, man. Outfit-Vibes, sagst du? Ja, man. White-Jucket, Mauerfucker. White-Jucket-It-In, man. Feierst du das? The White-Man, ja, man. Von DevShop natürlich, ist selbsterklärend, glaube ich, Bruder. Ja. Wovon man an der Stelle auch nicht mehr erwähnen, dass es von DevShop ist. Natürlich, an der Stelle. Ganz genau. Ich finde die Kombi richtig geil, Leute. Wenn ihr Bock habt, zieht es euch rein. Demnächst kommt auch eventuell, ja, was Geiles auf euch zu 2018. So, ich bin mit DevShop im Gespräch, vielleicht irgendwie so in Richtung, vielleicht eigene Klamotten zu machen. Man munkelt das so, ich weiß nicht ganz genau so, aber könnte was kommen, Bruder. Design die Vibes, Mauerfucker. Boxen auch. Okay, wir sind jetzt am Würstchenstand angekommen hier, Bruder. Und hier haben wir den nächsten Kandidaten. Was geht, Bruder? Nichts bei dir, Habib. Der hat mich im Sommer immer schön mit Wasser versorgt hier auf dem Kudab, dicker. Richtig geiler Typ, dicker. Richtig geiler Typ, man. Wie geht's dir? Bruder, gut. Alhamdulillah. Dir? Ja, Bruder, muss sein. Freut mich, freut mich. Du hörst auch Deutschrap, ne? Ja, Bruder, natürlich. Was feierst du so momentan? Erzähl mal. Na, derzeit so im Deutschrap bin ich ehrlich so R187 so. Bin ich gut dabei. Luciano gefällt mir auch so. Aber ich finde, er hört sich immer so bei den meisten Liedern gleich an. Und Cello und Abdi, das neue Album feierst du. Diaspora, ne? Diaspora, Mann. Da ist wirklich ein Brett geworden. Mit Alex, das Lied, Leute. Mit Alex ist wirklich Abriss, ja. Ja, ich hätte mir auch ein paar andere Singles gewünscht eigentlich, so. Weißt du? Ich finde, auf dem Album sind noch krassere Tracks drauf, als die Singles, die draufstehen. Genau, genau, genau. Hab ich noch. Speicherplatz. Oh, Mann. Also wir waren gerade vor einem geilen Talk drin, Bruder. Und so, auf jeden Fall. Ja, Mann. Wären auch schon geil. Wären auch schon geil gewesen, wenn andere Singles waren. Das ist ein krasser Lieder auf dem Album, so zum Beispiel. Zum Beispiel das mit Alex hätte ich gefeiert, wenn ein Video dazu gekommen wäre. Baba, baba. Ja, einen Moment, die Dame. Ich bin gleich bei Ihnen. Okay. Schön zu dir. Du hast auch geile Schürze, Bruder. Okay, ey, Dicke. Ich zeig dir einen neuen Musiktrack, das gerade rauskommt. Du sagst mir deine Meinung dazu, okay? Okay, ja. Ey, Samar, geh mal rein. Mach die mal bitte. Mach mal da rein. Geh mal. Du bist doch hier und mach die. Ja? Das ist geil, Bruder. Ja, ich schüttelig. Und was sagst du, Dicke? So, auf jeden Fall stabil geworden. Luciano, Habibi, du weißt, immer bei Ursch anrufen, Brudi. Savini Platz, wir sind immer für dich da. Er kennt uns auch. Echt, ja? Das ist ein gutes Lied geworden. Ja, Bruder, ich wünsch dir das Beste. Aber wie ich meinte, ich finde, jeder seiner Lieder hat sich immer so nach dem gleichen Turn an. So, weißt du, immer wieder rausbrettern. Aber seine Texte sind wirklich krass. Das muss man ihm lassen. Seine Texte sind krass. Er hat Talent. Aber ich hätte mir auch gewünscht, dass er vielleicht so einfach alleine alles macht. So, weißt du, Independent so. Ja. Nicht direkt zum Major geht. Dann hätte er auch, glaube ich, viel, viel mehr Erfolg gehabt. Okay. So, aber trotzdem feier ich, Bruder. Ja, cool, Alter. Musst du dich stabil. Fresh, Alter. Geile Meinung, Bruder. I like that, man. Killer-Typ, Bruder. Danke dir, Bruder, wir sehen uns noch, mach's gut. Kommt hier vorbei, Leute, supportet die Bruder hier auf jeden Fall. Aber nur Frauen. Aber nur Frauen, dass der Bruder auch was zu essen hat. Es ist geil. Was hören Sie normalerweise so für Musik? Sie werden sich wundern. Sagen Sie mal. Rammstein. Echt, ja? Ja. Also Rock-mäßig, ne? Ja. Deutschrap schon mal gehört? Ja, Krutschkabey. Alles klar, man. Dann zeige ich Ihnen jetzt mal was Neues und Sie sagen mir Ihre Meinung dazu, ja? Ist jetzt zwar nicht Rammstein-mäßig, aber vielleicht gefällt es Ihnen trotzdem. Nein, nein. Ich bin in der Richtung, aber gut. Kann man sich anhören, sagen Sie? Kann man sich anhören. Schöne Stimme, ne? Und kann singen, das wollte ich gerade sagen. Ja. Okay? Was sind Sie für die Landsfrau, wenn ich fragen darf? Ich komme aus Frankreich. Aus Frankreich? Also eigentlich mehr Deutsch, aus Elsass. Ah, okay. Okay, an der Grenze quasi, ne? Ja. Okay. Vielen Dank, ja, schönen Tag wünsche ich Ihnen noch. Tschüssi. Tschau. Tschüssi. Ja, Bruder, reicht. Swagging auf dem Offer, gell? Ey, die war cool, die war fresh. I like that, man. Komm mal aufs Thumbnail packen. Yes, yes, yes. Yo, was geht ab, Bruder? Alles gut? Alles gut, Bruder. Wie geht's dir? Alles gut, man. Wie ist dein Name? Mein Name ist Marcel. Marcel? Ja, Bruder. Freut mich. Du bist ein Landsmann-Dicker? Landsmann? Ja. Warte mal. Marcel, Bruder, ist jetzt Dings. Ich hätte jetzt eher so gedacht Türke oder so? Bin ich auch Türke. Krass, okay, heftig, Mann. Was hörst du normal für Musik so privat, Bruder? Privat? Wenig, ja. Wenn ich höre R'n'B. Ja. Mehr nicht so Hip-Hop. Deutschrap auch so? Nicht so viel, ja. Gar nicht? Auch ab und zu. Hast du ein paar Leute auf dem Schirm so? Was feierst du so? Ein paar Leute. Ich mag PA. Seine Möcke mag ich. Sonst, ja. Okay. Fresh, ich zeig dir was Neues. Ist gerade rausgekommen, Bruder. Ich bin mal gespannt, was du dazu sagst, Dekai. Nimm mal die Kopfhörer. Aufsetzen oder nicht? Ja, einfach aufsetzen. Ich zeig dir das Musikvideo und du sagst mir deine Meinung dazu. Und, was sagst du? Ganz frech, ja. Ja. Weil ich kenn den Typen nicht. Luciano kennst du nicht? Nein, Mann. Bist du ein Berliner? Ja, ja. Er kommt auch aus Berlin. Echt? Ja. Ist er neu im Geschäft oder schon länger? Dicke, er ist schon ein bisschen länger unterwegs. Okay. Also ein paar Jahre macht er schon jetzt so. Hat jetzt gerade schon so einen guten Hype, so muss man sagen. Sauber, fresh. Ja, falsch. Die Deutschrap hören, kennen das bestimmt, da darf ich nicht so viel hören. Ja, ja. Kannte ich ihn nicht, ja. Aber was sagst du so? Erster Eindruck, Dicke? Ganz fresh hat mir gefallen, ja. Ja? Muss ich mal YouTube. Kann man sich geben, sagst du? Kann man sich geben, Bruder, ja. Cool, Dicke. Musst dich mal auschecken, Dicke. Das sind fast so breit wie ich, Dicke. Nein, Mann. Mach's gut, Bruder, ja? Alles klar, Bruder. Mach's gut, ja? Cool, ich wünsche dir noch einen schönen Tag, Dicke. Ja, tschau. Mach's gut. Peace it out, man. Was geht, Dicke? Alles klar? Ja. Alles cool? Ja, Mann. Dicke, hab gar nicht gepasst, dass du bist, ja? Ja, Dicke. Habt ihr das gesehen so an deinem Bart? An mein Bart hast du nicht... Ja, klar, Mann. Okay, krass. Also ich feiere deine Videos, mach's gut, ja? Cool, Mann. Hast du wieder hier, wie du bist? Ich mach grad eine Live-Reaktion von der Straße, ja, Bruder. Musik, ja? Ja, ja, genau. Was für ein Lied? Luciano, jeden Tag. Ah, jeden Tag. Hast du schon gehört? Ja, klar, Dicke. Und, was sagst du? Ja, feier ich auf jeden Fall so, ja? Ja, mach generell. Er hat eine Baba-Stimme, so. Ja. Feier ich so auf jeden Fall. Ja. Was feierst du noch so Deutsch-Rap-mäßig, so? Dicke, was hör ich? Amar 47, so. Luciano und Capital, so. Ja, Capital hört da eigentlich jeder, so, ja? Ja, Mann. Ja. Ach doch, Baba-Musik, ja. Muss man einfach sagen, ja. Also, wer den Erfolg nicht gönnt, so, keine Ahnung. Immer Liebe zeigen, Dicke, immer dankbar sein, immer cool sein. Du weißt Bescheid, ja. Willst du jemanden grüßen noch, vielleicht, oder so ein Scheiß? Bruder, den grüße ich, Mann. Ich grüße Achmed und Elias. Elias? Ja. Grüße, Freunde, alle. Force of the Realness, motherfucker. Dicke, Kettis Baba. Feierst du ab, oder? Na klar. Deve shopperin, Mann. Cool, Bruder, Alter, war's gut, ne? Hat mich gefreut, danke für deinen Support. Ciao. Ciao, Mann. Ciao. Tschüss, Mann. Life raked it out, motherfucker. Okay, voratm mal ne Frage, was hörst du normalerweise so für Musik? So Hip-Hop, Rap. Hip-Hop, Rap? Ja. Auch Deutsch? Manchmal, ja. Manchmal? Wen feierst du so, was hast du auf dem Schirm? Playboy Cardi, also auf Englisch, aber auf Deutsch. Ja. Und Deutsch so? Ich weiß nicht. Auf Deutsch? Wen hören wir auf Deutsch? Gibt's jemanden so, den du feierst? Nicht so unbedingt. Nicht wirklich? Manche Lieder einfach. Ah, okay. Okay, ich zeig dir was Neues, Freshes. Du sagst mir deine Meinung dazu, okay? Oh, ich sehe jedes Lied! Und das ist ein bisschen, was ich meine. Ich weiß nicht. Ja. Aber es ist ein bisschen, was du feierst. Aber du hast ihn jetzt nicht im Kopf gehabt, wo ich gefragt habe, so wen du feierst. Wir haben... Wir waren letzte Woche beim Soul Marten, da war er ja auch. Echt, ja? Hat er performt auch oder was? Und? War geil? Okay. Ja? Demnächst auch auf Tour, Leute. Check mal Tickets ab unten auf jeden Fall. Okay. Wie alt bist du? 16. 16, okay, alles klar. Also Luciano, jemand, den du feierst, so? Ja. Cool, fresh. Danke dir, vielen Dank. Danke. Mach's gut, ja? Tschüss, Mädels. Ciao, mach's gut. Peace it out, man. Ja, Mann, wie gesagt, der Bruder ist demnächst auf Tour, so. Kommt auf jeden Fall vorbei. Ich denke, ich werd in der einen oder anderen Stadt auch mal vorbeischauen und mir das mal reinziehen, so. Weil der Bruder live brettert auf jeden Fall richtig geil weg, so. Sufila Lico guckt jeden Tag. Weißt du, was mein Lieblingspart ist, Bruder? Ja? Wie sagt er noch mal? Was sagt er denn? Irgendwas mit, äh, aus diesem Grund wollen auch die Kackens ins Bett... Nee. Live-Rekt it out, Mann. 3, 2, 1, go. Yes, Freunde, das war's jetzt gewesen mit dem Video. Live-Rektion von der Straße zu Luciano jeden Tag. Ich muss ganz ehrlich sagen, Bruder, war heute auf jeden Fall ein heftiger Struggle bei dem Wetter überhaupt Leute zu finden, die Bock haben, auf das Musikvideo zu reagieren, so. Das dürft ihr nicht unterschätzen, Leute. Es muss auch immer ein hübsches Mädel dabei sein fürs Thumpen, ey. Da müssen viele verschiedene Meinungen rein. Am besten, weißt du, so ein guter Mix aus Menschen so, weißt du, mal was Älteres, mal was Jüngeres so. War ein Struggle auf jeden Fall heute. Heute verzichten wir auch auf die Self-Reaction, weil wir halt das Lied quasi schon jeden Tag auch gehört haben, wenn ich das mal so sagen darf, an der Stelle. Natürlich an der Stelle. Baba Musikvideo witzig gemacht auf jeden Fall mit den Jungs im Bademantel und so, mit Döner, dicker, voll geil so. Auf jeden Fall nice man. Und der Track an sich sowieso geiler Track. Eins von meinen drei Lieblings-Tracks auf jeden Fall vom Album, so muss ich sagen, Bruder. Ja, Mann, der ist echt geil. Meine Lieblings-Tracks auf jeden Fall vorankommen, ähm, äh, Geh meinen Weg und Jeden Tag, Bruder. Ja, Mann. Bei dir? Bei mir ist auch Eiskalt feier ich, das Intro. Ja, Intro ist auch barbatig, ja. Mir wird es langsam gefreut. Ja, 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 ja. Und auch Jeden Tag. Ja, Mann. Das sind auf jeden Fall die Lieblingslieder von mir. Cool, Alter, Freunde. Ich würde sagen, das war's gewesen. Nicht vergessen, be unique. Dabei ist alles, bleibt so wie ihr seid, weil so wie ihr seid ist cool. Jetzt auch mal fahren, ne? Ja. Ey. Peace it out, Mann. Du willst es nicht mismo. Peace it out, marfucker. Psssss. Sechs, acht, in null, drei, in null, man. Show mir den Turtle, man. Turtle-Vites oder was? Von unten rausholen. Boom. Shit, Mann. Turtle wird auch wie jeden Tag, marfucker. Karussell wird denn wie jeden Tag, marfucker. Karussell wird denn wie jeden Tag, marfucker. Let's do it, man. Get it, da runter. Peace it out. Ciao, Bruder!